Wie gehe ich jetzt emotional stabil mit Emotionen um, ob als Mutter, als Vater oder generell im Alltag? Viele denken ja, Menschen, die emotional stabil sind, sind gefasst und ruhig. Und das entspricht nicht wirklich der Wahrheit. Menschen, die immer gefasst sind, die immer ruhig sind, sind oft im People-Pleasing, in der Unterwerfung. Sie funktionieren einfach. Das heißt, wenn ich emotional stabil bin, bleibe ich natürlich mit meinen Emotionen. Ich kann sie benennen. Ich bin gerade wütend und es macht mich echt traurig, was hier gerade passiert. Kann auch sein, dass ich anfange zu weinen, meine Stimme zittert, meine Lippen zittern. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Verbindung zu meinen Emotionen, weil ich sie nicht wegdrücke. Und glaubt mir, Leute, ich bin ein Meister darin, diese wegzudrücken und zu funktionieren. Da jetzt auf einmal so ist für mich heute immer noch eine große Überwindung, obwohl ich weiß, dass es wichtig ist. Und ich mache das mittlerweile immer mehr, immer mehr in Kontexten, in Situationen, wo ich merke, boah, da kommt etwas in mir hoch. Dann kommt es einfach hoch. Ich spüre, wie unangenehm das auch mein Mitmenschen ist, wenn ich dann mit meinen Emotionen einfach da bin und ihnen erlaube, da zu sein. Und auch alleine diese zitternde Stimme, dieses Nuscheln, dieses sich nicht wirklich klar ausdrücken können, ist auch ein Zeichen von Bindungstrauma oft, weil man seine Meinung nicht sagen durfte, weil man nicht, also wenn ich nicht selbst ich sein durfte und deswegen nuscheln oder das schnell reden und dieses schnell auf den Punkt kommen, weil der andere mir sowieso nicht zuhört. Also emotional stabile Menschen sind nicht Menschen, die immer gefasst sind und einfach nur ruhig sind, sondern Menschen, die wirklich wahrnehmen, was in ihnen ist, es benennen können. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Welt sich dann um mich dreht. Das heißt, wenn ich gerade in einem Kontext, in einem Gespräch bin mit der Lehrerin und ich habe zehn Minuten, da kommen gleich die nächsten Eltern, kann ich da nicht sitzen und weinen, weil ich mich ungerecht behandelt fühle wegen meinem Kind oder was auch immer, sondern dass ich selber spüre, was da gerade in mir hochkommt. Ich kann es vielleicht kurz benennen, muss aber auch nicht, gerade wenn es nicht geht, ja, du bist auf einem Banktermin und es geht gerade nicht, dann geht es gerade nicht, aber du nimmst wahr, was diese Frau oder dieser Mann gerade in dir auslöst und benennst es für dich selber in dir und spürst und nimmst einfach wahr, was in deinem Körper gerade so abgeht, wie dein Puls immer höher geht, wie du anfängst vielleicht zu zittern oder wütend bist oder was auch immer. Was wir verstehen dürfen, ist, dass Emotionen, die wir unterdrücken, weil wir die ganze Zeit funktionieren. Denn viele schreiben mir auch über Instagram, ja, es waren jetzt nicht so viele, aber einige, die mir geschrieben haben, dass sie vor ihrem Partner eine Maske tragen und funktionieren. Und das ist nichts, was ich jetzt hier verurteile, weil wir sind so erzogen worden. Wenn wir vor unseren Eltern eine Maske tragen mussten, dann tragen wir auch eine Maske vor unserem Partner. Am Anfang vielleicht nicht, weil alles super ist und mit der Zeit fangen wir an, uns zu verstecken, weil wir Angst haben, verletzt zu werden oder erpresst zu werden oder unterdrückt zu werden. Es können so viele Dinge passieren, da dürfen wir uns nicht gegenseitig verurteilen, sondern sehen, okay, krass, ich unterdrücke meine Emotionen, weil sonst gibt es Ärger. Ich darf aber wissen, dass wenn ich weiterhin so weitermache, die nächsten Jahre, immer weiter meine Emotionen unterdrücken und mich nicht zeigen, so wie ich wirklich bin mit meinen Bedürfnissen, mit dem, was einfach in mir ist, dann ist es eine Bombe. Das ist eine Bombe, die ich gerade unterdrücke, wie so ein Kochtopf, der wirklich brodelt ohne Ende und ich drücke es die ganze Zeit zu, das wird irgendwann explodieren in einer Krankheit oder in, es muss nicht in einem Ausbruch, dass ich da explodiere, sondern in Krankheiten. Viele bekommen ja Krebs. Mittlerweile gibt es auch viele Krankenhäuser, die damit arbeiten, auf die Gefühle zu gucken und auf das, was noch nicht verarbeitet wurde, weil mittlerweile einfach immer mehr bekannt wird, dass Krankheiten nicht immer eine biologische Ursache haben, sondern auch viel und oft mit Emotionen zu tun haben. Ich sage nicht immer, aber viel und oft, dass wir da hinschauen dürfen. Der Gabor Mathe erzählt oft davon, dass gerade, da ist irgendwie ein Arzt gestorben und über den wurde immer gesprochen, das war so ein toller Arzt, der hat immer zurückgesteckt, er war immer da, er war immer für die anderen da und er hat wenig für sich gesorgt, aber war halt dieser Samariter, der einfach für andere da war und er ist an Krebs gestorben. Und er sagt auch, das hinterfrage ich natürlich, dass wenn jemand da an Krebs stirbt, was hat er da jahrelang an seinen eigenen Bedürfnissen weggedrückt und an seinen eigenen Gefühlen nicht hingeschaut, weil er so gelernt hat, immer für andere da sein zu müssen. Und das bedeutet aber jetzt auch nicht wiederum, dann komplett auszurasten vor anderen, sondern einfach immer mehr mit seinen Gefühlen in Verbindung zu kommen. Was fühle ich? Was ich gerne mache, ich schreibe es mir auf. Ich benenne meine Gefühle und schreibe sie erstmal auf, um zu sehen, okay, was ist da? Weil ich lange Zeit damit Probleme hatte und teilweise kommt es immer noch in bestimmten Situationen vor, mit meinen Gefühlen in Verbindung zu sein, weil als Kind war es für mich gefährlich. Ich werde abgelehnt, ich werde verurteilt, ich werde körperlich gezüchtigt, wenn ich meine Gefühle zeige, wie Wut, wie Trauer, wie Tränen. Das durfte nicht sein. Das heißt, mein Körper hat es sich antrainiert jahrelang, keine Gefühle zu zeigen. Kein Problem, ich weiß, dass das so ist. Das heißt, ich nehme das wahr, da kommt was in mir hoch, aber es war jetzt erst vor einigen Wochen wieder, dass da wirklich ein Thema so reingehauen hat, dass ich gespürt habe, wie ich mich abspalte und nichts spüre. Und es ist dann in dem Moment nicht so, dass ich mich verurteile oder gegen mich kämpfe, sondern wow, spannend. Danke Körper, dass du mich jahrelang so beschützt hast. Und ich bin jetzt in der Lage, immer mehr mit dir in Verbindung zu kommen und zu fühlen. Natürlich kommen dann Sachen hoch, die mir Angst machen. Emotional stabile Menschen nehmen also deine Gefühle wahr oder ihre eigenen Gefühle wahr und verleugnen diese nicht. Das heißt, wenn du mal kurz laut wirst, wenn du mal... Also ausrasten ist nicht emotional stabil und komplett sich zurücknehmen ist auch nicht emotional stabil, sondern die Mitte zu finden. Wir dürfen unserer Wut einen Ausdruck verleihen. Wir dürfen unserer Trauer einen Ausdruck verleihen. Und das in einem Maße, dass wir andere damit nicht schädigen oder Angst machen. Wenn man jahrelang so gelebt hat, dass man eigene Gefühle immer wieder wegdrückt, um für andere zu funktionieren, kann es echt schwer sein, den eigenen Gefühlen zu vertrauen oder diese zu fühlen. Weil das Fühlen immer wieder mit Ablehnung oder mit Kritik oder Bestrafung quittiert wurde. Gesundes emotionales Verarbeiten ist, dass ich immer mehr wahrnehme, was sich in meinem Körper tut und dass ich immer mehr wirklich benennen kann, was ich gerade fühle. Und wenn es gerade nichts ist, dann sage ich, ich fühle gerade nichts. Also das, was gerade eben passiert ist oder was gestern passiert ist oder die Situation, macht mir Angst. Aber in meinem Körper fühle ich nichts. Und alleine darüber zu sprechen, verbindest du dich schon mit deiner inneren Weisheit, die spürt, dass du langsam bereit bist, doch fühlen zu können. Emotional stabile Menschen fühlen den Schmerz und lassen ihn zu und drücken ihn nicht weg. Leider hat unsere Gesellschaft uns beigebracht und wir leider auch unseren Kindern dann zum Teil, dass schmerzhafte Gefühle nicht fühlen. Ja, die drücken wir mal schön weg, immer schön positiv bleiben, immer alles gut, werden wir schon schaffen und das Negative nicht fühlen. Probier es einfach mal aus, dass das Negative auch da sein darf, dass ich auch Angst haben darf, dass ich auch traurig sein darf. Nicht dieses Gefühl, ich habe es nicht verdient, traurig zu sein. Ich habe das jetzt nicht verdient, enttäuscht zu werden. Das hat nichts mit verdienen zu tun. Niemand hat irgendwas Schlechtes verdient. Es geht eher darum, Gefühle zu benennen und sie da sein zu lassen und sie zu fühlen im Körper. Nicht jeder ist in der Lage, auch das ist in Ordnung. Man kann sich da Hilfe holen von bestimmten Therapeuten. Ich würde immer da auf Trauma gucken. Trauma-sensible Therapeuten, die dann wissen, wie sie mit dir und deinen Gefühlen umgehen, sodass du Schritt für Schritt lernst, immer mehr deinem Körper zu vertrauen. Denn wenn du deinen Gefühlen gar nicht, gar nicht mit deinen Gefühlen verbunden bist, zwing dich nicht auf Krampf, deine Gefühle zu fühlen, weil auch hier missbrauchst du dich wieder emotional selbst. So wie man von seinen Mitmenschen missbraucht wurde emotional, so macht man es unbewusst mit sich selber. Ja, aber es muss doch jetzt klappen. Bei anderen geht es, bei mir nicht. Dein Körper ist hochintelligent. Wenn dein Körper dich nicht fühlen lässt, dann weil es einen guten Grund gibt. Und diesen guten Grund kann man gemeinsam finden in einer Therapie oder in einem guten Coaching. Wenn jemand wirklich sehr gut auch traumasensibel arbeitet, kann man das sehr liebevoll machen, Schritt für Schritt, bis der Körper sich dann irgendwann öffnet, weil er weiß, du kannst es jetzt aushalten und wirst davon nicht überschwemmt. Emotional stabil bedeutet nicht komplett überschwemmt werden von den ganzen Emotionen, sondern es tragen zu können auf eine gesunde Weise. Auch hier kann man daran arbeiten, da gibt es das Window of Tolerance, das lerne ich gerade in meiner Ausbildung zum Nervensystem, dass man dieses Fenster, wo man Gefühle doch ertragen kann, immer mehr ausweiten kann. Oft ist es noch ganz klein, nicht oft, bei vielen, die nicht fühlen können und dann ein bisschen kommt und dann rasten sie aus. Das kann man Schritt für Schritt daran arbeiten, das Ausweiten, dass man immer mehr fühlen kann, ohne überwältigt zu werden. So viel zum Thema emotional stabile Menschen und wie diese fühlen. Lass mir gerne einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald. aus dem Grund tu Fine, und das Spuk save das ab. Okay, klar, alles ganz glücklich.